Speed Learning Ukraine, der Podcast für alle, die schnell und effektiv Ukrainisch lernen möchten. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode dieses Podcasts. Speed Learning Ukraine, der Podcast, der Dich fit macht in Ukrainisch. Wir hatten letzte Woche verschiedene Verben, die Du aus der Gegenwartsform in die Vergangenheitsform umwandeln solltest. Ich hoffe, das klappt mittlerweile, denn jetzt kommen die nächsten Verben dazu. Und Du hast gemerkt, ich war beim letzten Mal ziemlich angespannt, weil das für mich natürlich auch neu ist und ich mich da sehr konzentrieren muss. Was grundsätzlich immer hilft, ist zu lächeln. Zumindest es zu versuchen, wenn diese Übungen durchgeführt werden. Wir probieren es gleich mal aus. Bring dich in eine lächelnde Position. Und dann kommen hier die nächsten Verben, die zunächst in der Gegenwartsform vorgelesen werden. Und Du sollst sie dann in die Vergangenheitsform umwandeln. Viel Spaß! Vielen Dank! Okay. Ich liebe свою собаку. Ich unterstütze маме. Ich unterstütze маме. Ich schaue bankot. Ich schaue bankot. Ich kupiere diese nerochheit. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich schaue bankot. 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 Das war einfach nur übungsbedürftig. Aber dafür machen wir das ja. Damit du und ich diese Übung eine Woche lang wiederholen kannst. Jetzt bin ich ruhig. Und hier kommt die Übung nochmal für dich. Und wenn du sagst, dass du diese ganzen Vokabeln noch gar nicht kennst, dann schaue es dir an. Auf Deutsch. Entweder unter Learning German Speed Learning Podcast oder an Speed Learning School beim Avatar Training. Gut. Aber jetzt erstmal die Übung für dich. Viel Spaß. Ich liebe свою собаку. classics. Ich helfe Valentine'S einmal meiner Kuch setup. Ich meiner Programmer�語 dieudajàst. Ich schaue bankot. Ich sage Web, weil sie auf�를ändern gibt. Ich habe das sage Café. Ich habe einen Bankomaten. Ich kaufe diese nerochhöhung. Ich kaufe diese nerochhöhung. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe eine neue Hand. Ich habe eine Irrache. Ich habe Geld. Ich habe Geld. Wir sind mit meinen Freunden. Wir sind mit meinen Freunden. Ich denke, dass Sie in mi. Ich habe das Verständnis. Ich habe das Zeitalterter. Ich habe das Fakten Bericht. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning Ukrainisch und wenn du noch mehr möchtest, dein Ukrainisch verbessern möchtest oder andere Sprachen lernen möchtest, dann werde Speed Learner an der Speed Learning School, registriere dich und lerne Ukrainisch online mit unseren Videos und den dazugehörigen Texten oder zusätzlich andere Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und noch viele, viele mehr. Entdecke außerdem Kurse aus dem Bereich Sport und Fitness, Persönlichkeitsentwicklung, Kunst und Kultur, Business und, und, und. Es lohnt sich. Gehe jetzt auf speedlearning.school und werde Speed Learner.